Dachau, die Kreisstadt Dachau liegt im Bundesland Bayern im Regierungsbezirk Oberbayern, hat gut 40.000 Einwohner auf einer Fläche von 35 Quadratkilometern. Dachau ist international für sein Konzentrationslager der Nationalsozialisten bekannt. Geschichte am 15. August 805, also vor mehr als 1200 Jahren, wurde Dachau als Dachauer in einer Schenkungsurkunde der edlen Atschana aus dem alten Grafengeschlecht der Aribonen, welche in dieser Urkunde ihren gesamten Grundbesitz dem Bistum Freising vermachte, zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Die erste Bezeichnung als Markt lässt sich auf das Jahre 1270 datieren. Die Lage der Stadt an der Handelsstraße von München nach Augsburg brachte im Mittelalter nicht nur Vorrechte und Gewinne, sondern auch Krieg, Elend, Krankheiten und im Dreißigjährigen Krieg Plünderungen nach Belagerung durch die Schweden. Im 12. Jahrhundert wurde die Burg der Grafen von Dachau im Gebiet des Oberen Marktes, der heutigen Altstadt, errichtet. Zwischen 1546 und 1573 erbauten die Wittelsbacher, als bayerisches Herrschergeschlecht, ein Vierflügel-IGS-Renaissance-Schloss auf der höchsten Erhebung Dachaus. Vor allem wegen der reizvollen Umgebung wurde es, bis zum Bau von Schloss Nymphenburg, zum bevorzugten Landsitz des Münchner Hofs. Künstler-Kolonie Dachaus Kunst- und Kulturstadt Einst war jeder zehnte Einwohner ein Maler und auch heute noch prägen viele Künstler und Maler das Geschehen in Dachau. Berühmte Persönlichkeiten wie Karl Spitzweg, Adolf Hölzel, Ludwig Dill und Arthur Langheimer hinterließen ihre Spuren. Dachau wurde, neben Warbswede, zur bedeutendsten deutschen Künstler-Kolonie. Das Erbe dieser Zeit und die Fortführung in der allgegenwärtigen zeitgenössischen Kunst ist in zahlreichen Galerien und Museen zu sehen, allen voran der kürzlich wieder eröffneten Gemäldegalerie Dachau. Zudem öffnet sich die Kreisstadt der europäischen Dimension und gehört der Vereinigung Euroart an. Neben Künstlern ließen sich auch Literaten in Dachau nieder, unter anderem der bekannte Schriftsteller Ludwig Thoma. Nationalsozialismus in der Neuzeit überschattet leider die Zeit des Nationalsozialismus die bis dahin durchaus positive historische Entwicklung der Stadt. Im Jahre 1933 wurde in Dachau das erste deutsche Konzentrationslager errichtet, das in den folgenden zwölf Jahren Schauplatz des menschenverachtenden Terrors des NS-Regimes werden und fortan untrennbar mit dem Namen Dachau verbunden sein sollte. Heute wird dieser Zeit aktiv in der KZ-Gedenkstätte, siehe Sehenswürdigkeiten, als Ort der Erinnerung und im Jugendgästehaus als Ort der Begegnung Rechnung getragen. Verschiedene Aktionen und andere einjährlich stattfinde in dies Zeitgeschichtssymposium sorgen für umfassende Information und Aufklärung insbesondere der Jugend. Heute Dachau ist der Verwaltungssitz des Landkreises Dachau mit einer Gesamtfläche von 579 Quadratkilometern, der mit Dachau und Karlsfeld insgesamt 17 Gemeinden umfasst. Im Landkreis haben international renommierte Unternehmen wie Mann und Nthu ihren Standort. Anreise Dachau liegt im Norden des Münchner Umlands und hat über den MVV Anbindung an das System der Münchner S-Bahnen und Buslinien. Mit dem Flugzeug nächster internationaler Flughafen ist nordöstlich von München, er ist der zweitgrößte Deutschlands und wird daher von aller Welt aus angeflogen. Der Airport liegt nur ca. 30 Straßenkilometer von Dachau entfernt. Mit dem Auto vom Flughafen München über der A92 bis Ausfahrt Oberschleißheim. Mit der S-Bahn, MVV, Flughafenlinien S1 oder S8 stadteinwärts nach München bis Leim, dort umsteigen in die S2 und wieder stadtauswärts Richtung Petershausen bis Dachau. Mit der Bahn der Dachauer Bahnhof liegt an der Verbindungsstrecke München-Ingolstadt-Nürnberg bzw. Würzburg. Auf der Straße Anschluss an die Autobahn, München-Stuttgart, Ausfahrt Dachau-Fürstenfeldbruck, Autobahn München-Nürnberg bis ab Autobahn Kreuzneufahren über die Ausfahrt Oberschleißheim-Dachau und an den Autobahnring München, Ausfahrt München-Ludwigsfeld. Mit dem Fahrrad Dachau liegt am Ammer am Paratweg auf etwa dem halben Weg zwischen Fürstenvillbruck und Allershausen und bietet sich als Stopp an dieser Strecke an. Mobilität Anwendung an die Münchner Innenstadt mit dem MVV, Öffentlicher Personennahverkehr, mit der S-Bahn-Linie S2. Auf der Straße über die Bundesstraße 304, in München, Dachauer Straße. Sehenswürdigkeiten Schloss und Schlossgarten Dachau Das Schloss Dachau wurde im 16. Jahrhundert von den bayerischen Herzögen und Kurfürsten aus einer früheren Burganlage zu einer mächtigen, vierflügeligen Sommerresidenz ausgebaut. Um 1800 wurden dann aber drei von den Franzosen stark beschädigte Flügel abgebrochen. Außerdem wurde das Schloss seit 1572 mit einer heute insgesamt ca. 9 Hektar großen barocken Gartenanlage versehen, die im 18. Jahrhundert im Westen um einen Teil erweitert, der im landschaftlichen Stil gestaltet wurde. Seit einem Vierteljahrhundert stehen die renommierten Schlosskonzerte in dem erhaltenen Gebäudeflügel mit einer breit gefächerten Auswahl aus der internationalen Musikszene im Mittelpunkt des kulturellen Lebens der Stadt. 85.221 Dachau Kurfürst Max Emanuelplatz Telefonnummer 08131 87923 Fax 08131 78573 Öffnungszeiten April September 8 bis 20 Uhr Oktobermehr 8 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit Eintritt Frei Anfahrt Buslinie 720 722 Rathaus St. Jakob Katholische Stadtpfarrkirche Entstanden in den Jahren 1624-25 im Stil der Spät-Renaissance-Info Sonnenuhr aus dem 18. Jahrhundert an der Zeit, Monat und Sternzeichen ablissbar sind 85.221 Dachau, Fahrstraße 7. von 08131 36380, Fax 08131 363840 Anfahrt, Buslinie 720 722 Rathaus Museen und Galerien in Dachau, Museen und Galerien in Dachau Bezirksmuseum Dachau, Volkskultur des Dachau-Landes D85221 Dachau, Augsburger Straße Dritter Telefonnummer 08131 56750, Fax 08131 78305 Öffnungszeiten Die Frau 11 bis 17 Uhr Sa, So, Fei 13 bis 17 Uhr Anfahrt, Buslinie 720 722 Rathaus Gemäldegalerie Dachau, das Museum der Künstlerkolonie Dachau mit der ständigen Sammlung von Landschafts- und Genrebilder des 19. und frühen 20. Jahrhunderts 85.221 Dachau, Konrad-Adenauer-Straße Dritter Telefonnummer 08131 5675, Durchwall 0, Fax 08131 78305 Öffnungszeiten Die Frau 11 bis 17 Uhr Sa, So, Fei 13 bis 17 Uhr Anfahrt, Buslinie 720 722 Rathaus Neue Galerie Dachau in den Räumen eines ehemaligen Fabrikgebäudes am Amperkanal unterhalb des Schlosses, ausschließlich zeitgenössischen Kunst Jährlich fünf Ausstellungen junger Künstler aus den Themenbereichen Skulptur, Installation, Malerei, Fotografie, Video und experimenteller Kunst 85.221 Dachau, Brungartenstraße Telefonnummer 08131 5675, Durchwall 0, Fax 08131 78305 Öffnungszeiten, Mittwoch bis Sonntag 13 bis 17 Uhr Anfahrt, Buslinie 720 722 Rathaus KZ-Gedenkstätte KZ-Gelände Die Hauptausstellung in den Räumen des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes des KZ Dachau dokumentiert in 13 Abteilungen chronologisch die Geschichte des KZ Dachau und die Geschichte des Geländes seit der Befreiung 1945 durch die US-Truppen Info D85221 Dachau, Alte Römerstraße 75, Telefonnummer 08131 669970, Fax 08131 2235 Öffnungszeiten, täglich, außer Montags, von 9 Uhr bis 17 Uhr Eintritt frei Anfahrt ab Bahnhof Dachau mit der Buslinie 726 bis KZ-Gedenkstätte, Richtung Saubachsiedlung Weg des Erinnerns ab Frühjahr 2007 Historischer Fußweg zwischen dem Bahnhof Dachau und Juerhaus KZ-Gedenkstätte, das mit 14 Wegmarken aus Fotografien und Texten an markanten Stellen an die Berührungspunkte von Stadt und Konzentrationslager im Dritten Reich erinnert Weitere Infos zum Hintergrund KZ Dachau Förderverein für internationale Jugendbegegnung und Gedenkstättenarbeit in Dachau e.V. Regelmäßige Veranstaltungen Dachau ist das ganze Jahr über einen Besuch wert Ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm von Schlosskonzerten über Musik Sommer und Altstadtfest bis zu Theater, Ausstellungen und vielem mehr machen die Stadt lebendig Dachauer Schlosskonzerte, im Schloss Dachau, Schlossstraße 2, 85.221 Dachau Kartenververkauf, Touristinformation Dachau, Konrad-Adenauer-Straße 1, Telefonnummer 081-3175-286, Fax 75-150 Veranstaltungen im Wasserturm, Ausstellungen, Vorträge, Lesungen, Konzerte und mehr Am Hofgarten, 85.221 Dachau, unterhalb des Schlossparks Altstadtfest der Laat, Leistung aus Dachau, im Mitte Juli in der Altstadt, gemütliche Biergartenatmosphäre mit bayerischen Spezialitäten Sonderaktionen für Kinder Dachau-Volksfest So richtig zünftig geht es alljährlich Mitte August auf dem Dachau-Volksfest zu Und das seit über 120 Jahren Bayerische Gemütlichkeit, süffiges Bier, Riesenrad und Feuerwerk Besucher bekommen hier noch viel Spaß für wenig Geld, ganz besonders im Vergleich zum nahen Münchner Oktoberfest Christkindermarkt Besinnliche Stunden verspricht der traditionelle Christkindermarkt auf dem Rathausvorplatz mit wechselnden Weihnachtsattraktionen Vom Kirchweihmontag in der 2. Oktoberhälfte bis Allerheiligen werden die Dachauerrübenwochen abgehalten In verschiedenen Landgasthäusern werden Gerichte mit der Bayerische Rübe angeboten Jahrmärkte in der Altstadt, Ostermarkt, Pfingstmarkt, Herbstmarkt und Adventsmarkt, sowie Wochenmärkte